Die Shisha gilt häufig als gesunde Alternative zur Zigarette, also risikofrei genießen. Langzeitstudien, die gibt es bis dato allerdings kaum bzw. noch nicht wirklich. Viele meiner Zuschauer haben mich um dieses Video jetzt einmal gebeten, ist Shisha-Rauchen ungesund? Wie ungesund ist es? Was sagt die Wissenschaft dazu? Und das mal aus unabhängiger Sicht. Eins ist generell klar, Rauchen ist schlicht und einfach eines der größten vermeidbaren Gesundheitsrisiken. Mit Freunden treffen, ein bisschen quatschen, dabei die Wasserpfeife zum Beispiel rumreichen. Klar, ist schön, macht Spaß, ist cool, gerade unter jungen Leuten. Es ist eine immer beliebtere Freizeitbeschäftigung. Die Shisha gilt als gesündere Alternative zum Rauchen. Vielleicht wurde sie Ihnen ja sogar schon mal als Zigaretten-Alternative auch angepriesen, vorgeschlagen. Manchmal bekommt man das sogar in Videos vorgeschlagen. Shisha-Rauchen ist gesund. Und doch stimmt das wirklich? Immer mehr Studien bringen die unkritische Sicht auf die beliebte Wasserpfeife ins Wanken, um das mal ganz klar zu sagen. Ist das Shisha-Rauchen vielleicht sogar noch schädlicher? Auch das wird gerade diskutiert, dass es noch schädlicher ist als das Rauchen von E-Zigaretten, von normalen Zigaretten. Die Antwort darauf und weitere Infos, die gibt es jetzt in dem Video. Hallo, mein Name ist Dr. Tobias Weigel. Mit meinem YouTube-Kanal möchte ich medizinisch verständlich und korrekt aufklären über Krankungen, Symptome dieser Erkrankungen, aber auch Ursachen von Erkrankungen. Und Rauchen, Shisha-Rauchen zum Beispiel, kann dazu gehören. Deswegen, wenn Sie mehr dazu wissen wollen, gerne abonnieren Sie jetzt meinen Kanal. Während Zigarettenrauchen vor allem der jüngeren Generation immer uncooler wird, da ist quasi der Zahn gezogen, nimmt der Hype um die Wasserpfeife stetig zu. Knapp ein Drittel der Jugendlichen unter 18 hat bereits mindestens einmal Shisha geraucht. Kein Wunder, der Rauch der Wasserpfeife, der schmeckt besser als der von Zigaretten und er fühlt sich im Hals auch weniger kratzig an, also irgendwie weniger Nachteile. Vom Gefühl her wirkt die Shisha damit viel milder und er wirkt auch irgendwie gesünder als die Zigarette. Doch wussten Sie, dass der Tabak in der Shisha die gleichen Schadstoffe enthält wie der in der Zigarette? Es lohnt sich also nicht nur auf das Gefühl, sondern auch auf die Fakten einmal zu hören. Ganz kurzer Tipp meinerseits, meine Ratgeber, die ich habe. Ich habe ja mittlerweile vier Ratgeber herausgegeben und jetzt ganz neu meinen Ratgeber zum Thema Muskelaufbau, Ausdauer und Ablehmen auf über 200 Seiten. Und in meinen Ratgebern geht es darum, welche Nährstoffe sind wichtig, welche Nahrungsergänzungsmittel sind vielleicht wichtig, welche Wirkung haben sie, auch welche Nebenwirkungen auf Muskelaufbau, auf das Thema abnehmen. Und wer dazu mehr wissen will, gerne in meinen Shop einmal reinschauen und gerne einen dieser Ratgeber bestellen. Ich sage immer erst informieren, dann supplementieren. Und hier sind über 130 Studien aufgearbeitet, sodass sie jeder versteht. Also gerne einmal reinschauen. Was ist eine Shisha? Dem meisten wird die Shisha ein Begriff sein, deshalb nur kurz der Vollständigkeit halb. Und mir geht es hier auch nicht darum, Shisha-Experte zu sein. Die Shisha ist eine Wasserpfeife, bei der man ganz vereinfacht mittels Kohle aromatisierter Tabak erhitzt wird. Und der entstehende Rauch, der wird über eine wassergefüllte Bowl abgekühlt und anschließend inhaliert. Wie bei der Zigarette auch, entstehen beim Erhitzen des Tabaks viele giftige Stoffe, wie zum Beispiel Nikotin, Kohlenmonoxid. Ein Unterschied zur Zigarette ist, dass der Tabak nicht verbrannt wird, sondern durch die Kohle bei niedrigeren Temperaturen verschwählt quasi. Das ist das, was stattfindet. Also nicht verbrannt, sondern verschwählt. Dadurch und durch das zusätzliche Kühlen im Wasserbehälter fühlt sich der Rauch so weicher, weniger kratzig an als der von Zigaretten. Haben Sie vielleicht auch schon mal gehört, dass das Wasser den Rauch von Schadstoffen reinigt? Wird manchmal gesagt, wird so umgangssprachlich irgendwie angepriesen. Deswegen soll die Shisha nicht so gefährlich sein, nicht so ungesund. Diese Hoffnung muss ich Ihnen leider nehmen. Stimmt nicht. Das Wasser ist wirklich vor allem dazu da, den Rauch abzukühlen. Rauch und Wasser kommen gar nicht so direkt in Kontakt, da die Bläschen, in denen der Rauch das Wasser passiert, eine starke Oberflächenspannung haben. So ist das physikalisch. Das macht das Rauchen angenehmer. Für die Schadstoffbelastung ist es allerdings fatal, denn so werden pro Sitzung sehr große Mengen an Rauch sehr tief in die Lunge eingeatmet. Beides also sehr schlecht. Große Mengen und tief in die Lunge einatmen. Shisha versus Zigarette. Die Shisha ist also nicht gerade gesundheitsförderlich. Man darf nicht sagen, Shisha ist gesund. Aber doch sicher immer noch vielleicht besser als die Zigarette. Nicht wirklich. Der süße Geschmack und das angenehmere Gefühl im Hals, das täuscht wirklich, das täuscht darüber hinweg, dass Sie bei einer Shisha-Session von einigen Schadstoffen so viel einatmen. Das merkt man sozusagen gar nicht, nimmt man nicht so wahr, weil halt das Kratzen zum Beispiel im Hals fehlt, weil es sich hier angenehmer anfühlt. Beim Rauchen hingegen fühlt man das irgendwie mehr. An dieser Stelle muss ich einmal ganz kurz auch einschieben, dass sich diese Angaben natürlich auf Durchschnittswerte beziehen. Logisch. Die in Real Life, je nach Dauer der Shisha-Session, wie lange man die nimmt, der Tabak- und Kohlesorte etc. variieren können. Es gibt also immer Variationen. Ich versuche das erstmal allgemein zu erklären. Bei einer etwa einstündigen Sitzung kommt man zum Beispiel durchschnittlich auf eine 10-fach höhere Belastung mit Kohlenstoffenmonoxid und eine sogar 36-fach höheren Belastung mit Teer im Vergleich zum Rauchen einer Zigarette. Das hat man nachgewiesen. Vielleicht wird jetzt der ein oder andere unter Ihnen stutzig, denn oftmals hört man von Shisha-Fans, dass die Wasserpfeife ja gerade gesünder ist, weil sie vielleicht kein Teer enthält. Natürlich muss man jetzt unterscheiden. Eine Zigarette wird vielleicht mehrmals am Tag geraucht. Die Wasserpfeife, diese eine Stunde, macht man nur alle zwei Tage. Aber dennoch sehen Sie, die Wasserpfeife selber ist nicht gesund. Durch das Verschwelen des Tabaks wird aber nachträglich Teer nämlich auch gebildet. Wussten Sie nämlich, dass zu Teer alle Inhaltsstoffe außer Nikotin und Wasser zählen, die durch die Tabakverbrennung entstehen? Auch die Nikotinbelastung, die entspricht mit ca. 5 mg dem Konsum von 10 Zigaretten. Das Rauchvolumen liegt sogar bei dem von ca. 100 Zigaretten. Ein zusätzliches Risiko verglichen mit herkömmlichen Zigaretten sind die ja künstlichen Aromen, die oftmals ja zugesetzt werden, deren Verbrennung zusätzlich eine schädliche, eine reizende Wirkung hat. Nicht jeder benutzt diese künstlichen Aromen. Wie gesagt, hier geht es um Durchschnittswerte. Das Beispiel mal, wenn man eine Stunde lang das sozusagen macht. Wir können trotzdem auf jeden Fall festhalten, egal wie die Zahlen sind. Darum geht es ja nicht genau. Dass Shisha-Rauchen mindestens genauso ungesund ist wie Zigarettenrauchen. Man kann ja nicht sagen, das eine ist ungesund, das andere ist noch irgendwie ein bisschen ungesünder, wenn alles krebserregend z.B. ist. Natürlich kommt es immer darauf an, wie regelmäßig die Shisha rauchen. Klar, wenn Sie einmal im Monat im Freundeskreis die Shisha rumreichen, ist Ihre gesamte Schadstoffbelastung wahrscheinlich geringer als bei einem durchschnittlichen Raucher, der täglich vielleicht 10, 15, 20 Zigaretten raucht. Aber das ist dann auch ein Vergleich von Apfel mit Birnen. Gesund oder empfehlenswert ist aber auch der gelegentliche Konsum nicht. Denken Sie daran, einmal im Monat eine Stunde Shisha rauchen. Ich hatte die Zahlen ja gerade genannt. Und wie sieht das Ganze mit tabakfreien Shishas als unschädliche Alternative aus? Gibt es ja auch. Leider ist der gesundheitliche Vorteil nur sehr gering, denn auch beim Verschwelen der Tabakalternativen entstehen nämlich giftige Stoffe, die z.B. krebserregend sein können. Lediglich das Nikotin, das sparen Sie sich. Auch moderne E-Shishas, die ähnlich wie E-Zigaretten z.B. als ideale, sichere Alternative angepriesen werden, scheitern an dieser Hürde. Langzeitstudien zu deren Auswirkungen auf die Gesundheit, die gibt es bis dato allerdings kaum bzw. noch nicht wirklich. Was sind die gesundheitlichen Folgen? Doch was sind denn nun konkret die Gesundheitsschäden, die durch die Shisha rauchen auftreten können? Fakt ist, das wissen wir, je weniger gerade junge Menschen der Eindruck vermittelt wird, und das ist ganz entscheidend, je weniger jungen Menschen der Eindruck vermittelt wird, dass es cool oder sogar unschädlich sei zu rauchen, E-Zigaretten zu dampfen oder die Aerosole aus einem Tabakerhitzer einzuatmen, eine Shisha zu nehmen, desto weniger Gesundheitsbeeinträchtigungen und Todesfälle durch diese Produkte werden zu beklagen sein. Das ist ein Fakt. Und Shisha gehört quasi dazu. Sie haben schon gesehen, dass beim Shisha-Rauchen ähnliche Schadstoffe in die Lunge gelangen, wie es beim Rauchen der Fall ist. Deshalb sind auch die möglichen, ja, Folgen, gesundheitlichen Folgen sehr ähnlich. Stichwort Lungenkrebs. Wissenschaftliche Studien, speziell zu den Langzeitfolgen, wie gesagt, vom Shisha-Rauchen sind noch Mangelware, fehlen. Leider, hatte ich gerade auch schon gesagt. Trotzdem besteht zweifellos ein erhöhtes Krebsrisiko. Kann man sich ja selber jetzt auch ableiten. Das Nikotin und der Teer im Tabak, die sind nur zwei von 27 Substanzen, die im Verdacht stehen, krebserregend zu sein. Also da gibt es noch viel mehr als das Nikotin zum Beispiel. 27 Stück. Besonders häufig ist Lungenkrebs mit einem bis zu 3,4-fach erhöhten Risiko, tritt das auf. Aber auch zum Beispiel Mundhöhlenkrebs, Speiseröhrenkrebs, Magenkrebs sind möglich. Darüber hinaus steigt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Atherosklerose, also das Herzkranzgefäße am Herzen zugehen, das gibt dann einen Herzinfarkt, das Risiko für Schlaganfall, das steigt um unfassbare, ja, 30 bis 120 Prozent. Da gibt es noch eine große Spanne, hängt ja immer auch davon ab, wie viel man sozusagen raucht. Weil bei der Shisha eine große Rauchmenge, also tiefer in die Lunge gezogen wird, besteht bei der Shisha außerdem das Risiko einer Kohlenstoffmonoxidvergiftung. Dabei handelt es hier um ein mehr Geruch, farbloses Gas, das beim Shisha-Rauchen freigesetzt wird und den Transport von Sauerstoff mit dem Blut verhindert. Ganz gefährlich. Und gerade als Notarzt wird man darüber auch aufgeklärt, dass dieses Risiko besteht. Die Symptome reichen von Kopfschmerzen, Überbewusstlosigkeit bis hin zum Kreislaufkollaps zum Beispiel. Und im Jahr 2017 wurden alleine in Nordrhein-Westfalen mehr als 50 Patienten wegen einer akuten Kohlenstoff- oder Kohlenmonoxidvergiftung durch Shisha-Konsum behandelt. Also nicht wenig. Und deswegen für mich als Notarzt ist das wirklich eine Szene, die vorkommen kann. Und da muss man sich auch selber schützen. Deswegen, wenn man da in eine Shisha-Bar zum Beispiel gerufen wird mit so einem Verdacht, dann geht logischerweise zuerst die Feuerwehr rein und erst dann kommen wir. Besteht Suchtgefahr? Was man bei allen Parallelen zum Zigarettenrauchen hervorheben muss, für viele ist die Wasserpfeife kein täglicher Begleiter. Eine Zigarette muss man irgendwie täglich rauchen, sondern gehört eher zum gelegentlichen Freizeitverkündigen. Das ist soweit ja eine gute Sache. Dennoch gilt es als erwiesen, dass nikotinhaltiger Shisha-Tabak ebenfalls ein gewisses Abhängigkeitspotenzial besitzt. Auch das ganze Ritual rund um das Shisha-Rauchen, also das Zusammenkommen mit Freunden etc., kann neben der körperlichen auch eine psychische Abhängigkeit begünstigen. Man vermutet, dass bereits so wöchentlicher Shisha-Konsum eine Sucht bewirken kann. Ganz wichtig aber, wissenschaftlich bestätigt ist diese Annahme noch nicht. Das ist bisher eine These. Unabhängig davon kommt hinzu, dass Shisha-Rauchen den Griff zur Zigarette wahrscheinlicher macht. Wird dabei auch weiterhin zusätzlich Shisha konsumiert, also Zigaretten rauchen und das Shisha-Rauchen, ist das natürlich eine Doppelbelastung für die Lunge und den ganzen Organismus. Wenn Sie gerne wissen möchten, wie man eine Nikotinsucht zum Beispiel am besten überwindet, woran man die auch erkennt, dass man die zum Beispiel hat, dann schauen Sie einmal in dieses Video rein. Da gebe ich Ihnen auch Tipps, was Sie tun können für einen erfolgreichen Entzug. Und vielleicht hilft das auch, wenn Sie von der Shisha wegkommen wollen. War Ihnen bewusst, dass Shishas mindestens so schädlich wie Zigaretten sind? Nochmal, ganz klar, je weniger gerade junge Menschen der Eindruck vermittelt wird, und das ist entscheidend, der Eindruck vermittelt wird, dass es cool sogar unschädlich sei, zu rauchen, E-Zigaretten zu dampfen, dass es irgendwie gar nicht so gefährlich ist, ist ja alles besser als die Zigarette. Ob besser oder schlechter, die jungen Menschen werden trotzdem dazu animiert, was zu tun, was deren Gesundheit quasi schädigt, was langfristig zu Todesfällen führen kann, das muss man wissen. Rauchen ist schlicht und einfach eines oder gar das größte vermeidbare Gesundheitsrisiko, egal ob normale Zigaretten, E-Zigaretten, Shishas. Ich freue mich über Ihre Kommentare, über Ihre Antworten hierzu. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.